Ich komme aus dem Libanon. Ich bin Kathi Ahmad. Ich heiße Fatima und komme aus Westinensa. Ja! Zwei Elefanten! Ich sollte sie lieber teilen. Wir kommen zweimal in der Woche herher. Ich gehe schon in die Schule und meine Geschwister gehen in den Kindergarten. Und hierher kommen wir alle zusammen. Und ich finde das schön, dass hier ganz viele Kinder sind. Dass ich hier Freunde habe und dass hier, wenn wir manchmal einkaufen gehen, dass hier alles neben uns ist. Und die Eisbären wohnen hier in so ein kaltes Land. Genau. Am Noten wollen wir es. Ich habe eine drei. Ich habe eine drei. Kein Krieg. Ja, und alles ist gut in Deutschland. Von Kindern, vom Mann, von ich auch. Alles ist gut. Alles ist gut. Und das mit Kindern lernen. Ich sehe, dass jemand was essen will. Dann sehe ich einen Jungen, der spielt. Ich wünsche mir Aufenthalt, dass Kinder in Orlaub gehen. Und Gesundheit. Und Gesundheit. Und wenn jemand in den Blatt gehen. Ich sehe, dass Kinder in der Schule sind. Diät. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Dann sch affrecken wir mit dem Barsch. Ich gehe nicht. Dann gehe ich nicht. Und ich gehe nicht.